Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76 und es gibt heute einiges zu erzählen. Fangen wir einfach mal mit dem Besten an. Es gibt eine Homepage, die heißt Fast Fab und die verkaufen Schuhe. Nicht gebrauchte? Nein, neul. Fand ich schon sehr seltsam. Damit wollte ich anfangen, weil... Wer nennt eine Website Fast Fab? Auch Wichs! Wer denkt sich sowas aus? Keine Ahnung. Ich meine, klar, sowas spricht sich natürlich rum. Haha, guck mal, wie behindert die Website ist. Aber das heißt noch lange nicht, dass dann die Leute kaufen werden. Naja, jedenfalls, es gibt Neuigkeiten zum Wastelanders Update. Es wurde ja eigentlich gesagt, es soll im Herbst dieses Jahres kommen. Kommt es jetzt leider nicht. Es kommt im ersten Quartal 2020, was also zwischen Januar und März ist. Und, ähm, was heißt es für dieses Projekt? Es kann gut sein, dass wir in der Zwischenzeit pausieren müssen. Äh, denn der Content geht uns hier langsam aus. Und ich will auch ab einem gewissen Zeitpunkt, wenn's... Also, wir haben jetzt noch ein paar Aufgaben vor uns. Ähm, die aber nicht unbedingt gemacht werden müssen. Das heißt, äh, sowas wie zum Beispiel, keine Ahnung, Töte, 51 Kackpratzen, sowas in der Art. Das ergibt keinen Sinn, jetzt durch die Gegend zu laufen und Kackpratzen zu töten. Da können wir auch auf das Update warten und innerhalb des Updates dann, äh, das abschließen. Worauf will ich hinaus? Ich will hinaus, dass, wenn ich der Meinung bin, dass es nicht mehr so viel zu tun gibt für uns, was aber jetzt noch der Fall ist, also wir haben noch ein bisschen was. Wir haben ja noch nicht mal eine verdammte Atombombe gestartet. Ähm, dann werde ich pausieren. Ähm, aber es gibt noch was Gutes und zwar erscheint ja diesen Monat in... Ähm, nicht bei sechs Tagen ein neues Spiel. Äh, Outer Worlds, das von den Machern von, äh, Fallout New Vegas ist. Und das werden wir uns mal reinziehen. Durch, äh, meine bedingte Faulheit in die letzten Wochen gab's ja kein Fallout Shelter, dieses, äh, chinesische Zeug. Ich würde sagen, äh, wir machen hier einfach mal einen Schlussstrich mit dem Ganzen und sagen, hey, Zero, das macht keinen Sinn, wenn du da, äh, einfach momentan nichts auf die Reihe kriegst. Und, äh, fügen da Outer Worlds ein, ich denke mal, so ein Spiel, wie, 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 aus einem Fallout-Universum sozusagen. Ist ja nicht das Fallout-Universum, ne, das wissen wir alle. Aber von den Machern, von einem Fallout-Universum, das, äh, bringt frischen Wind, äh, auf meinen Kanal und ich denke mal, das wird mich beflügeln. Ja, das, das, das kommt hin, das kommt hin. Gut, äh, das dazu, ich wollte nur ein bisschen was sagen. Ich habe jetzt unsere Automaten wieder gefüllt. Bis auf den, den hab ich vergessen, weil ich, äh, die Spülmaschine gerade beladen habe. Shit. Ja, gut, machen wir einmal ganz kurz, äh, damit da was drin ist. So, die wollte ich ja eh verkaufen, die Dinge. Gut, äh, steht hier mein Zeug noch. Sehr schön. Ich frage mich allerdings, habe ich das eigentlich schon mal getestet? Wenn ich jetzt hochgehe, zu meinem Gedöns hier und runterfalle, was passiert dann? Nein, wenn ich jetzt hier hochgehe, äh, so, und zum Basteln-Werkstatt gehe und alle Gegenstände verwerte, die als Schrott gelten. Oh, cool. Hat funktioniert. Weil rein theoretisch haben wir ja Schrott, und zwar das in der Vitrine. Endlich mal habt ihr was auf die Reihe gekriegt, wie fest da ich, ich bin begeistert. Ja, ich bin gespannt auf das Wastelanders-Update, äh, da wird sich auch die Welt ziemlich verändern. Ich frage mich, oder ich hoffe, dass es da eventmäßig ein bisschen was abgeht, weil wenn du jetzt von heute auf morgen, also, hier hinten befindet sich ja die, 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 die Raumstation. Ja, da befindet sich ja die abgestürzte Raumstation. Daraus wird eine Siedlung entstehen, und es wäre ein bisschen traurig, wenn es von heute auf morgen ist. Also, ich würde mich freuen, wenn in der ersten Woche zumindest die, äh, da einfach nur Leute hinlaufen, äh, und sich da sammeln. Und dann, plötzlich ist da eine Siedlung. Das würde ich ja noch verstehen, alles andere ist so, ah, würde ich nicht wollen. Gut. So, wir sind also wieder hier. Was wollten wir machen? Wir haben die Raubkultur gemacht. Was geht hier ab? So, oh. Da gehen wir mal hin. Es könnte legendäre Items geben. Und, wir haben ja eine neue Waffe in den letzten Folgen bekommen, die ich irgendwie aus dem Müll gefischt habe. Frag mich nicht, wo die herkamen. Die war da einfach drin, und ich dachte mir, ja, nimmst du dir? Das ist nämlich die Pistole, die ich schon immer haben wollte als legendäre Waffe, aber die bekommen habe. Ja, es ist, es ist natürlich eigentlich mehr ein Sniper geworden. Es war eine Impro-Pistole, und daraus habe ich irgendwie ein Sniper gemacht. Also, ja, es ist, ich hätte gerne eine legendäre 10mm-Pistole, das wär's. Und, wir brauchen noch ein paar Level-Ups, um einige Perks wieder reinzumachen, ne? Jagdgewehr, Pfeifen im Dunkeln, Injektor. Wo ist er denn? Waffen. Da. So. Wir benennen ihn gleich um. Ich möchte erst vorher noch, äh, die Super-Gut-Taten-Horde erwischen. Du Arschloch. Wo ist der Nebst da? Den töte ich jetzt. Das war meine Quest. Die wollte ich machen. Oh. Ich wollte dir die Quest machen, du Arsch. Jetzt bin ich traurig, ey. Ich habe wieder zu lange gebraucht, ich weiß. Da habe ich selber Schuld. Kann man sich da oben verstecken? Dann snipe ich auf ihn. Vorsicht. Ja, gut. Dann gehen wir halt woanders hin. So eine Scheiße, aber... Wo ist mein Zettel? Ja, meine Zettel sind irgendwie lost. Aber ist kein Problem, ich würde gerne die Waffe testen. Und ich habe da noch roten Punkt gesehen. Kaputt. Funktioniert das nicht mehr? Wieso kann man sich nicht mehr gegenseitig angreifen? Oh, ich war nicht im Schleichen. Ach, kacke. Das zeckt schon ein bisschen. Ernsthaft? Hat er gerade irgendwas von mir zerstört? Ich fass es nicht. Was war das gerade für ein komisches Geräusch? War das der Sheep Scratch? Oh, Minigun brauche ich. Huch. Hä, wieso habe ich geschossen? Ich habe nicht den Trigger gedrückt, Leute. Und ich hätte schwören können, ich habe den Sheep Scratch gehört. So werde ich ihn niemals sehen. Versuchen wir doch mal, einen da hinten wegzusnipern. Ich meine, wir gehen gleich weiter, Freunde. Wir gehen gleich weiter. Ich such gleich den Zettel und dann geht's ab. Aber ich wollte vorher nochmal die Waffe testen. Und zwar mit einem Headshot. Ah, das zackt schon, ne? Hätte ich jetzt den 3,5-fachen Schaden drinne und den Boro-Schaden für meinen Schalldämpfer. Uh. 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 Das wäre tödlich. Ne, Junge. Dann würde ich die One-Shot. Na gut. Dann lasse ich mich mal meinen Zettel finden, um zu gucken, was wir als nächstes vorhaben oder vorhaben. Huch, da habe ich eine Tasche gesehen. Injektor-Munition. Und eine Wackelpuppe für den Nahkampf. Ah, die Wackelpuppe hat mein Brustteil zerstört. Die Pottsau. So. Ich weiß, was wir jetzt machen. Und zwar gibt es erstens Sachen, die wir besuchen müssen. Und mir wurde ja in die Kommentare etwas geschrieben, was ich gerne ausprobieren möchte. Und zwar in Whitesprings. Ich sollte das auch mal vorlesen. Als Dank lese ich immer sowas gerne vor, wenn man mir gute Tipps gibt. Bei Whitesprings in einem Gebäude sind doch jede Menge Ghoule, die rauslocken und auf was hohes springen und loslegen. Das heißt, bei Whitesprings, also dieses gebrochene Deutsch von Nico Kräber soll uns sagen, Zero, geh nach Whitesprings, locke ein paar Ghoule raus und dann starte den Fatman richtig fat. Und das werden wir jetzt auch tun. Ich habe doch Punition dafür, oder? Ich glaube schon. Wir müssen noch insgesamt 15. 15 fertig machen. Wenn wir bei dem Versuch sterben... Das ist wohl schade, egal. Hauptsache wir töten ein paar. Es sind nämlich 15 Stück, die wir töten müssen. Ich habe mir jetzt gerade eine neue Liste angefertigt. Deswegen weiß ich jetzt wieder ganz genau, was wir zu tun haben. Ich habe die Liste nicht gefunden. Ich bin hier momentan im Renovieren. Hinter mir der Greenscreen, von dem könnt ihr euch so langsam verabschieden. Da wird jetzt noch ein paar Folgen da sein, weil ich jetzt ein bisschen aufnehmen werde auf Vorrat. Und dann irgendwann wird er zuerst durch eine weiße Wand ersetzt werden und dann durch was anderes. Doch was es ist, das sage ich euch nicht. Das ist geheim. So, gucken wir mal, dass wir hier ein paar Ghoule rauslocken. Übrigens ist da hinten noch ein Turm. Können wir da mal hingehen. Früher oder später. Erstmal... Meint ihr, ich kriege das Ding gekillt? Äh... Ernsthaft? Alter, der heilt sich! Den will ich doch damit niemals vernichten. Keiner hat gesagt, dass ich ihn abschießen muss, oder? Brügel nicht mit mir! Tissi, der macht mich fertig, ey. Jemand hat gesagt, dass ich mit dem Ejektor schießen muss. Au! Junge! Na komm! Wenn das funktioniert, dann lache ich. Wobei, ich habe ihn ja abgeschossen und... Ich habe ja schon was bekommen. Okay, das hat schon mal nicht funktioniert, aber ich glaube, ich habe es auch schon bekommen. Ich glaube, ich muss gar nicht töten! Ich muss die nur einmal abschießen! Kann das sein? Kann das sein, dass... ...Bufista hier irgendwie scheiße gebaut hat? Ey, ich meine, das wäre ja nichts Neues! Ja, ich habe vergessen, den Timer wieder zu starten. Puff! So, äh... Welt! Säugetierkunde war... Nee, und nein! Ist ja was anderes. Das war... Töte einen Red Hirsch mit einem Injektor! Wir haben das bekommen mit dem allerersten Schuss auf den Red Hirsch. Das heißt, man muss die gar nicht töten, man muss die nur einmal abschießen. Oh, sorry. Von den Arsch geschossen. Oh, das ist ja gar nicht dein Arsch! Das sah gerade so aus, das tut mir leid. Aber du siehst halt scheiße aus. Okay. Soviel dazu. Äh, ja. Du hast ja Essen dabei gehabt, ne? Also... Nein, Fleisch! Äh... Und ziehen wir uns das einfach mal rein. Ich bin hier jetzt ohnehin krank, da kann man sich das Zeug auch schon mal reinziehen. Ich bin hier am Verungern und da muss ich was irgendwie tun. So! Mal sehen, wie viel Ghule wir so rauslocken können. Problemchen ist nur, dass ich meine Rüstung schon eine ziemliche Bude gemacht habe. Hier waren ja auch damals ein Haufen Ghule drin, ne? Ghule, Freunde! Hallo! Ich sehe dich schon, keine Sorge. Oh Gott, ich bin in der Falle. Äh! Äh! Ja, das ist gar nicht immer so einfach. Alle rauszulocken, ne? Das ist jetzt einer. Ja, da haben mich schon mal mehr verfolgt. Ähm... Ne, du hast ja einen Schalldämpfer, ne? Oh, ich sehe drei. Wer hat hier keinen Schalldämpfer? Ja, ich habe auf jeden Fall genug Munition. Oh! Das sind immer schon viele. Okay. Wenn die paar würden mir erreichen. Ja, geh mal rein. Oh, das sind jetzt richtig viele. Äh, da standen gerade so viele. Äh, das ist schwerer als gedacht. Da muss ich die auch alle erst mal auf dem Haufen sehen. Ja, jetzt kommt doch alle raus. Kommt raus spielen. Ja. Oh. Houston, wir haben ein Problem. Ja, ich habe hier ein Problem. Obwohl. Oh, komm. Kommt. Kommt. Da gibt es hier einen... Ah, es gibt hier einen Eingang rein. Okay. Alles ist gut. Leute, versammelt euch doch mal ein bisschen. Drauft euch zusammen. Ihr seid ein Team. Oh. Die sind unterschiedlich schnell. Los. Ja, komm. Ihr alle. Zieht der... Zieht der da gerade einen Kinderwagen hinter sich her? Okay. Geh ihm. Habe ich ein paar erwischt? Ich hoffe, ich habe ein paar erwischt. Das Problem war jetzt gerade an der Stelle, dass der Wagen explodiert ist. Sonst hätte ich es geschafft. Sonst hätte ich es geschafft. Aber ist gar kein Problem. Wir spawnen hier einfach neu. Und ich wette, wir haben mindestens sieben Stück erwischt. Und ordentlich Erfahrung haben wir auch kassiert. Ja, ich bin genau hier. Aber wo sind die Leichen? Was habe ich gehört? Nehmt ich etwa noch was? Hm. Okay, gucken wir mal kurz nach, wie viel wir so erwischt haben. Challenges. Welde. Ich hatte fünf. Jetzt habe ich 18. Habe ich den vielleicht aus Versehen getötet und jetzt verfolgt er mich? Naja. Okay. Ich brauche nur noch zwei. Nur noch zwei von euch. Oh, da sehe ich ein. Oh, jetzt sehe ich zwei. Die sehen aber nicht lebendig aus. Mädels. Mädels. Oh Gott. Es war eine Falle. Verdammt. Ich wurde verarscht. Ich war kurz davor zu schießen, als ich bemerkt habe, Moment. Die bewegen sich ja gar nicht. Aber es stimmt da nicht. So, bevor wir jetzt uns in Redway reinziehen, muss ich auf jeden Fall noch einmal schießen. Guckt sie euch an, die Lappen. Die da stehen und die Spiele anlocken. Glühpusteln. Keine Ahnung, was das ist. Hallo? Ah. Hallo, Kollege. Irgendwo war da noch ein anderer. Aber wir haben es. Wir haben es geschafft, Leute. Ja, ich will neu spawnen. Lasst mich neu spawnen. So. War doch easy. Jetzt können wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen Platz sparen. Mal gucken, was die Atomphysik noch für uns bereithält. Aber ich würde mich auch gerne erst mal rächen an dem Typen. So, mein Freund. Jetzt bist du auf der Seite des Gejagten. Also komm doch mal hier. Sag doch mal Hallo. Und das ohne den Zusatzschaden, den ich momentan eigentlich austeilen könnte. So. New Riverdale. Was ist denn los mit euch? Wie so ein Opa, weißt du, der im Stehen gestorben ist. Oh Mann. Ah stimmt, ich wollte mir Radaway reinziehen, ne? So. So. Noch ein bisschen von dem Zeug. Ah, ich bin hier am Stiel. Das gefällt mir. Jetzt bin ich hier am Plündern. Kein Wunder, dass ich so eine Milliarde Folgen gehabt, weißt du. Wenn ich hier nichts auf die Reihe kriege. Ständig hier mal nur am Sammeln. Immer werde ich abgelenkt. Oh Mann. Was ist denn los mit euch? Vor allem sind die auch ganz verpixelt, die Dinger. In meinem WTF, ich kann ja den Sinn von Mutationen verstehen. Aber das, Leute. Guckt euch meine Waffe an. Ach Mann. Wie fester. Was soll das? Ich höre hier auf jeden Fall noch einen. Ich will diesen Raum noch clearen. Und ich wette, es ist so ein legendärer. Der sich von mir versteckt. Hallo da oben. Wieso brennt es hier? Ist das der Alkohol, der hier brennt? Kommt das von meiner Media-Atombombe? Ist ja geil. Okay, Leute. Haha. Kritischer Buch. Was ist denn hier los mit den Leuten? Vor allem hat er eine Brille an. Ich finde es ja lustig, dass man die Gegner jetzt mal angucken kann. Der kann A nichts sehen und hat B eine Brille an. Alles klar. Ist ja Sinn. Okay, wir müssen jetzt wirklich raus hier. Ich lasse mich hier mal zu leicht ablenken von irgendwelchen lustigen Dingen. So, ach guck mal. Die beiden Kollegen sind schon weg. Also war das doch von einer Mini-Atombombe. Alles klar. Ich wollte ja gucken, was gibt es bei Atomphysik noch zu tun. Weil wenn wir schon mal dabei sind, dann kann ich da auch weitermachen, Alter. Kann ich da auch weitermachen. So. Atomphysik. Modifiziere ein Fettmann. Das kriegen wir doch nicht hin. Besuche die Mülldeponie von Emmett Mountain. Besuche Bundesentsorgungsbereich HZ-21. Besuche Raketensilos. Gut, die verschiedenen Raketensilos könnte ich besuchen. Aber das finde ich jetzt ein bisschen lame. Ich würde eher so die Mülldeponie von Emmett Mountain oder... Ja komm, die Mülldeponie von Emmett Mountain. Sagen wir es mal so. Ist auch gar nicht so weit weg. Die ist nämlich direkt hier. Und da werden wir jetzt mal kurz hingehen. Das wird glaube ich unsere letzte Amtshandlung für heute sein. Bevor wir uns dann nächste Woche zu der Entsorgungskirchen bewegen. Ich weiß gar nicht mehr, was da stand. Entsorgungsdeponie HZ-H1. Okay. Wir waren hier ja schon des Öfteren. Deswegen ist jetzt hier auch nichts Dramatisches. Aber wir können uns hier das erste Mal richtig umsehen. Ich glaube umgesehen habe ich hier mich noch nie. Gucken wir mal ein bisschen. Türen? Ich brauche keine Türen. Oh verdammt. Eventuell brauche ich doch Türen. Ich springe jetzt hoch. Habe ich gerade eine Kakerlake getötet? Indem ich wie Mario auf sie raufgesprungen bin? Das hörte sich jedenfalls so an. Eins dem... ...lose Schrauben. Ich höre dich doch! Du machst mich ganz nervös. Wo ist das Ding? Irgendrauf? Oh, das sieht ziemlich atomisch hier aus. Hedgehog, Baby. Hä? Achso, jemand hat was gekauft. Ich wollte gerade sagen, hä? Ah, jemand hat Stefan gekauft. Das heißt, wir können jetzt diesen Stefan auch mal umbenennen. Oh. Kamelion ist doch. Na, noch jemand, der hier aufs Maul will? Hab ich mir fast gesagt. So. Gehen wir mal hier rein. Lebst du? Nein. Terminal der Mülldiepenie Emmett Mountain. Also wenn das Ganze hier in Atomphysik ist, würde ich glatt behaupten, hier wird Atommüll gelagert. Ist aber nur so eine Vermutung. Naja, also glaubt mir kein Wort. Was steht denn hier so Schönes drin? Wachenprotokoll EMDS 001A Wesley bla 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 Diese Einträge sollen dazu dienen, den Fortschritt der Atommülllagerung in dieser neuen Anlage zu protokollieren. Die Deponizellen 1 bis 8 wurden vollständig ausgehoben und mit Stützen verstärkt. Jede Zelle fasst bis zu 128, 200 Liter Fässern mit Atombaren, Abfall. Womit wir eine Kapazität von 1024 Fässern erreichen. Wir haben diese Woche bereits eine Lieferung erhalten, die auf ihre Einlagerung wartet. Wir sind also bereits im Geschäft. Also jede Zelle fasst bis zu... Ah, okay. Wollte gerade sagen. Wenn eine Zelle 128 Liter Fässer sammeln kann, wirst du es dann 1024. Aber nein, es sind ja mehrere. So. Okay. Müller 2. Heute Morgen gab es ein heftiges Beben und alle Kameras in die Deponizelle 2 sind ausgefallen. Anscheinend haben die Stützen nachgegeben, womit der ganze Hohlraum einbrach. Zwei meiner Männer waren zu diesem Zeitpunkt gerade dabei, die Zelle zu inspizieren und seit dem Unfall fehlt jedes Lebenszeichen von ihnen. Als wir anfingen, die Zelle freizuräumen, schlug der Geigerzähler aus. Es muss also zu einer Kontaminierung gekommen sein. Ich erkläre die verschütteten Arbeiter hiermit für tot. Wir müssen das Gebiet abriegeln. Ich habe den Vorarbeiter im Bundesentsorgungsbereich HZ21 kontaktiert und um Hilfe gebeten. Da gehen wir nämlich als nächstes hin. Selbst nach der Versiegelung von Deponizelle 2 verzeichnet unser Messgerät hohe Strahlwerte schlimmer noch. Der Großteil meiner Mitarbeiter zeigt bereits beginnende Symptome von Strahlenvergiftung. Ich habe Anfragen bis hoch ins Energieministerium gestellt, allerdings nur zwei Ärzte zugeteilt bekommen, die mehr Fragen als Antworten hatten. Sie schrepften und piesackten meine Männer und wollten wissen, wie sie sich fühlen, ohne sie dabei wirklich zu behandeln. Ich habe langsam den Verdacht, dass man uns als Versuchskaninchen missbraucht, um die Langzeitwirkung der Strahlungskrankheit an Menschen zu testen. Das ist doch nicht zu glauben. Morgen fahre ich nach Washington, um denen meine Meinung zu geigen. Ich wurde nach Emmett Mountain versetzt, um den scheidenden Standortmanager Wesley Wisconski zu ersetzen. Ich bin mir nicht sicher, wieso er so abrupt gekündigt hat und ehrlich gesagt ist es mir auch egal. Das ist ein großer Karriereschritt für mich und ich bin mehr als zufrieden. Ich glaube, die haben ihn entsorgt. Punkt 1 auf meiner Tagesordnung wird es sein, jeden Quadratzentimeter dieser Anlage zu überprüfen und auch Baumängeln oder defekten Ausrüstung Ausschau zu halten, die zu den jüngsten Unfällen geführt haben könnten. Ich freue mich außerdem, hier mit den Ärzten zusammenzuarbeiten, welche die Gesundheit meiner Mitarbeiter im Auge behalten. Es ist schön, diese Unterstützung zu haben. Nach umfangreicher Begutachtung des Standorts kann ich bestätigen, dass der Unfall in Deponiezelle 2 von fehlerhaften Baumaterialien verursacht wurde. Sie haben Hölzerne-Stützen verwendet. Meine Güte, wie keiner auf die Idee kommen könnte, dass Holz unter diesen Bedingungen verraten würde, ist mir absolut schleierhaft. Ich habe empfohlen, dass alle sieben verbleibenden Depon-Zellen unverzüglich Metallverstärkung erhalten. Darüber hinaus haben wir bei dem Einsturz 30 der 200 Liter Abfallfässer verloren, deren Inhalt nun mit hoher Wahrscheinlichkeit ins Grundwasser sickert. Es treibt mich zu Weißglut, dass diese Anlage so mangelhaft errichtet wurde. Ich glaube, ich werde mich einmal ausführlich mit meinem Vorgesetzten in Washington unterhalten. Oh oh. Amelia Reynolds Ich wurde nach Emmett Mountain versetzt, um den entscheidenden Standortmanager Donald Clark zu ersetzen. Der Betrieb in Emmett Mountain läuft rund und innerhalb der akzeptablen Parameter. Ich habe die lächerlichen Anweisungen von Donald Clark widerrufen und werde sorgfältig nach weiteren Möglichkeiten suchen, um unnötige Kosten zu vermeiden. Braves Mädchen. Oh Gott, ist das geil. Ja gut, Freunde. Ich würde sagen, das war es für heute. Wir sehen uns in der nächsten Folge und dann schauen wir uns hier nochmal ein bisschen um und werden dann natürlich auch zu HZ21 gehen und da nochmal den ganzen Scheiß durchsuchen. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein. Tschau. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen.